Musik Was ist Cinematodal? Diese ontologische Sehnsucht, dass im Kino drinsteckt, also dass das Kino so nah wie möglich immer mehr an die Realität herangeht, so lange, bis die Figuren, die Gestalten aus dem Halbdunklen des Saales sich verabschieden und ganz einfach in die Stadt loswandern. Ungarn waren immer irgendwie begabt für Filme, das wissen wir. Musik Musik Das erste umarische Wort, was ich gelernt habe, von Gabo Brody, war »as idö dün« Musik Musik Und man, das gehört zu den wenigen Ländern, wo solche Fälle noch gemacht werden. Und das muss unbedingt fortgesetzt werden. Musik 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 Musik